und ne voran es liegt gut durchblutet die zonen jetzt anders nope jetzt 100 killrunde mindestens bekannt jetzt ja loadout kaufen in dem modus was für ein auto gar kein sich einmal mit der bahn ich habe die 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 wo ist denn da der shop an dem auto hier 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 Oh, okay. Enemy soldier nearby. I'm getting hit. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Most of me under fire. Under fire. Rally point box for you. I'll patch you up. Come on, dude. I'm getting hit. I'm getting hit. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Soll ich sogar sagen, haben die noch mal einen Lowder's gekauft? Oh, oh. Grab that, will ya? Area recon, please. UAV, beginning flyover. Schön die Krabben gefarmt. Lieben wir in dem Modus. Lieben wir. Warte mal, war der da gerade oben am Fenster? Hier. Hier kriege ich dann nicht so, wenn ich ihn anschieße. Ich schieße ihn an. Flinch City, where's the flinch? Heißt hier. Wo, 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 wo. Oh mein Gott. So bad. Was hat der denn gemacht, der letzte? Der war ja völlig verloren, der Prey. Hört ja mal an der PP-Ga-Crap in den Chat. Meine Teammates? Meine Teammates sind auch nicht full Level. So eine tonne Krabbe. So. Schauen wir hier mal einen von den Big Game Bounties an. Oh, will ich da hinten hinlaufen? Ich denke schon, auch wenn sie vielleicht bis dahin schon wieder tot sind. Ich spiele immer Saarland VTM. Heine. 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 We're taking fire! Digger. Danke für den Resub, mein bester. V-Zoker, danke auch noch für zwölf Monate. Ja, voll gemacht. Dankeschön. T-Becker, danke noch für sechs. Yoshi, danke noch für siebzehn. Habe ich den Wiccan Guilty gekillt? War das der oder was? Wenn wir eine Advanced AV haben. Ich glaube, das der war. Lack. Achso. Macht Sinn, Böni. Verstehe. Es war ja nicht so viel gebracht. Der Saarland VPN. Der Kraft anders. Ja, die sind unten. Oh, dieses. Dieses Haus, ne? Ein riesiger, ein riesiger Wehrgarten für mich. Bin ich ehrlich zu euch. Ach, Schwede. Warum bin ich gerade so unnormal schnell geklettert? Haben wir gerade ein bisschen das Leben gerettet. Der wusste wohl, dass ich von da komme. Ich wusste nicht, dass er da ist. Gutes Headset, der Bray. Gute Nacht, Mech. Für das Offenende. Lass es dir gut gehen. Erwäsch' den sogar. What a hero. Ich glaube, ich komme sogar noch mal an Slowdown. Und wenn ich jetzt schnell komme, dann könnte ich die vielleicht sogar abfangen, wenn die alle rüberlaufen. Mal gucken. Oh, ich glaube, ich bin fest. Mein Müller. Oh. Das war das deutsche Tier. Werner von denen lebt noch. Weil ich ihm helfe und komme. Der droht. Du? Wow. Das ist einfach eine Leiche. You're in the top ten. Nice job. Du bist eine Leute gleich. ... ... ... ... ... ... ... Es sind einfach drei Leute da unten. Nicht da drinnen auch noch safe in der Zone? Der arme Digger. Ei Junge. Keine Ahnung. Oh shit. Oh shit. Was ist das? Noo Alter, sehr gut Sehr gut Lobby very nice endzone very nice game man so müde gerade ich kann gerade einfach schlafen machen man think change i move on